Lanzelot. Aus heiterem Himmel erklärte mir meine Zauberfee, ich hätte den Charme einer Bahnhofstoilette und gab mir das aus. Scheiße, was soll das? fragte ich sie. Sag mir zumindest warum. Sie blitzte mich an mit dem Gesichtsausdruck eines sadistischen Richters, der für einen simplen Warenhausdiebstahl die Todesstrafe verhängt. Weißt du, Arschloch, erwiderte sie, ich sag es mal so, auch der beste Jockey kann auf einem toten Pferd nicht gewinnen. Ich pack jetzt meine Koffer und geh, pass auf Lanzelot auf und vergiss nicht ihm Futter zu geben, du Wichser. Ich komme heute Abend vorbei und hole ihn ab. Ich blieb zurück und starrte Lanzelot ihr stinkendes Meerschweinchen an. Als sie kam, um ihren Liebling zu holen, schrie sie los, hysterisch wie eine Luftschutzsirene. Ich hatte viel gelernt in den Stunden, in denen sie weg war. Zum Beispiel, wie man mit Hilfe von Hammer und Nägeln aus öden Meerschweinchen 1A Türstopper baut. Äffchen an der Leine Reden wir uns nichts ein, labern wir uns nichts in die Tasche. Seit den letzten 150.000 Jahren haben wir uns nicht wesentlich weiterentwickelt. Für die Frauen wurde der Einkaufswagen erfunden, um ihn beizubringen, auf den Hinterläufen zu gehen. Für die Männer die Theke, um sie duldsam zu halten. Täglich springen wir einander an die Kehlen, täglich nerven wir uns, rackern uns ab, ertragen Staus, Stagnation und Gekeife, den Verlust unserer billigen zweitklassigen Träume, suchen Zuflucht im Suff und im Sex. Wir widern uns an und wünschen uns in die alten Zeiten zurück, als wir uns gegenseitig noch lausten und uns keine Versicherungsnummern, PIN-Codes oder die Namen unserer Partner einprägen mussten. Oh nein! Nicht, dass es damals spannender war auf diesem ruinierten Planeten. Aber hin und wieder verjährte sich ein Säbelzahntiger in unserer Höhle, sorgte für Action und für einen scharfen Geschmack auf der Zunge. Wir waren Affen, aber wir standen nicht wie dressierte Äffchen an der Kasse im Supermarkt an. Fehler! Es war ein Fehler gewesen. Plötzlich fand ich mich wieder als Teilnehmer eines Workshops für Lyrik, der übervolkert war von spröden jungen Frauen mit seelenvoller Hasenscharten. Der Leiter des Workshops schwadronierte über das Wesen der Wörter. Man konnte ihn leicht für ein Radiergummi halten, das fortwährend quietscht, um noch nicht gemachte Fehler zu ahnden. Dann sah er uns an, gab uns eine Stunde und schwenkte die Flagge. Dichten auf Zeit gegen die Uhr. Die Mädels legten los, Entschlossenheit in den Blicken, schikaniert von der Angst, keine Ängste, keine hässlichen Albträume zu haben. Alles, was sie besaßen, war der Wunsch, ein Leben zu kriegen, über das ein gelangweiltes Schickstall den Schonbezug wirft. Verzweifelte Sprinterinnen, die bereits wussten, dass sie vor der Ziellinie stürzen. Trotzdem, sie wollten auf Siegerpodest, also legten sie los. Maschinengewehre, hieß eins ihrer Werke, Maschinengewehre, Schüsse, Schreie in der Nacht, Kinderaugen weinen. Kurzer Applaus. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich mit neuen Schuhen in Scheiße getreten, die nie wieder abgeht. Dann kam ich an die Reihe, mein erstes Gedicht. Die Liebe ist ein junges Ding, das gestern noch im Fenster hing und alle Kerle grüßte. Ich blickte wie ein Schelm hinauf, mein Herz ein Stock mit Silberknauf, mit dem ich eifrig winkte. Fragende Blicke. Unverständnis dick wie eine Wand aus Beton, bei der vergessen worden war, eine Tür einzubauen. Okay, ich bin nicht das ultimative Dichtergenie. Aber warum startete mich an, als hätte ich soeben in voller Absicht ein Kind vor ein fahrendes Auto geschürpst? Was sollt, sagte ich mir. Besser beim Versuch, über Wasser zu laufen, unterzugehen, als am Ufer auf den Fährmann zu warten, den es nicht gibt. Heitere Aussichten Tage finsterer als das Arschloch von Hitler je war, schwieriger als der harte Penis des Todes, der irgendwann kommt, um dich brutal zu bespringen. Das Lächeln der Frauenuhr plötzlich so welk, ihre Leiber so steinig wie ein verkastetes Feld. Das Verhalten der Kerle eine durchgezogene Linie auf einer Autobahntrasse, die das nirgendwo mit dem Nichts wie Metropolen verbindet. Erst mit dem Tod kommt das Licht und wir werden von vorne verarscht, denn wir werden erkennen, dass es Mallorca und Ikea und Zinedon Paläste und Krebs und Humorlosigkeit und Tom Hanks auch in der nächsten Welt gibt und in der nächsten Welt gibt und in der nächsten Welt gibt. Playmobil und Captain Kirk Gab eine Zeit, da war alles einfach. Tage der Kindheit, in denen Glück bedeutete, samstags in der Badewanne zu sitzen und mit dem Playmobil Piratenschiff zu spielen. In Handtücher gewickelt saß man später auf dem Sofa und sah sich Raumschiff Enterprise an. Kein Gedanke zerstörte das Glück. Keine gierigen Wünsche benagten die Seele. Kein Orakel schrieb, pass auf, in 20 Jahren bist du ein Loser. Man musste für die Nichtigkeit des eigenen Herzens noch nicht mit dem Verlust der eigenen Würde bezahlen. Unschuld hockte froh und breit in jeder Faser des Körpers und spielte mit sich selbst Autoquartett. Jetzt sind wir, die Vertreter der Generation Ups, in der Kaste der alten Säcke einquartiert worden, wir jagen dem Glück, den Frauen, dem Geld hinterher. Aber alles, was wir eigentlich wollen, ist das Playmobil Piratenschiff und eine Mutter, die aus dem Wohnzimmer ruft, raus aus der Wanne, gleich fängt Enterprise an. Stattdessen aber ließen wir Autos, kaufen uns Dinge, verlangen von unseren Frauen Akrobatik im Bett und spritzen ihnen frustriert unseren Saft in die Fressen. Himmel, wir haben wirklich gelust. Wer keinen Stein in den See wirft, der macht keine Wellen. Wer den Wagen nicht startet, der kommt nicht voran. Küss die Braut, die in der Theke neben dir sitzt, auch wenn sie fett ist und alt. Es ist besser, als überhaupt nicht zu küssen. Begeh einen Mord, such ein Britney Spears Konzert auf, spiel Halmer oder geh in ein Kloster. Gründe eine Weltreligion, tritt einer Geheimsekte oder dem Bundesverband nacktarschiger Filatelisten mit Sehstörungen bei. Tritt den Typen, die dir begegnen, in den Arsch oder lade sie ein, auf deinen Deckel zu trinken. Lauf in Frauenkleidern herum oder bring einer Nacktschnecke bei, auf brennenden Stelzen zu gehen. Aber Gottverdamm, ich mach irgendwas, bevor das Licht ausgeknipst wird. Denn alles ist besser, als phlegmatisch zu sein. Alles ist besser, als dein jetziges Leben. Untertitelung des ZDF, 2020